Herzlich Willkommen bei Mega Caravan in Dingesbühl. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Schön, dass das heutige Video, ihr habt es im Vorspann schon gesehen, ich bekomme immer mehr Anfragen, Nachfragen von kann ich Lithium-Akkus unterschiedlicher Kapazität, unterschiedlicher Marke in einem Bündel zusammentun, um eine Gesamtkapazität für mein Wohnmobil zu erzeugen. Ich möchte in dem Video euch erklären, in meinen Worten, warum ich das definitiv komplett verneine. Ich gehe sogar noch weiter und ich sage auch, dass es absoluter Quatsch ist, sowas zu tun. Ein Beispiel, wo ich gleich vorweg schicken will, ein BKW hat vier Autoreifen. Eigentlich, vom Grundsatz her, brauche ich nur vier schwarze Reifen, damit das Auto fährt. Egal, ich kann vier verschiedene Reifen drauf tun, das Auto fährt. Die Folgen davon sind aber fatal und unheimlich gefährlich. Und genau so verhält sich das letztlich auch mit Lithium-Akkus, die man unterschiedlicher Marke und unterschiedlicher Kapazität zusammenschließt. Das ist ein absolutes No-Go, hat mit Innenwiderstände zu tun, hat mit Kurzschlüssen zu tun, hat mit Entladungsströme und Ladungsströme zu tun. Die Zellen sind unterschiedlicher Beschaffenheit, sind unterschiedlicher Bauform, sind unterschiedlicher Chargen. Die Batterien des BMS sind unterschiedlich. Bei unterschiedlichen Marken haben wir sogar eventuell verschiedene BMS, die verschiedene Daten speichern, die verschiedene Speicherdaten abgespeichert haben. Ich muss hier langsam reden, sonst verhaspele ich mich hier noch. Und das alles macht es möglich. Natürlich kann ich das tun, visuell. Die Folgen daraus allerdings wollt ihr nicht haben. Und ich würde das weder beraten, noch bauen, noch anfassen, noch befürworten. Und jetzt gehen wir mal einfach ein bisschen näher darauf ein, zeige euch verschiedene Daten und möchte euch näher erklären, warum das Ganze so ist. So, gehen wir mal auf die ganze Thematik ein. Und nein, ich mache jetzt hier kein Video mit einem Testaufbau, weil A, ich weiß nicht, ob er wirklich glaubwürdig ist für einen Testaufbau, weil gegebenenfalls kann es natürlich sein, dass es, wenn ich es einmal probiere, funktionieren kann. Aber ich habe auch einen Testaufbau gemacht. Leider Gottes habe ich keine so extrem unterschiedlichen Batterien gehabt, aber ich blende euch ein, was hier passiert ist. Ich habe eine 200er Amperestunden Batterie genommen von der Firma Linedron, die im Altbestand noch ist und wieder mal eine Reklamation war, aber das ist ein anderes Thema. Und ich habe eine Bulldron noch auf Lager gehabt, eine 160er. Die haben nur 20 Prozent Unterschied. Somit differiert natürlich das Ganze nicht so hoch, aber auch hier war schon ganz klar zu sehen, was passiert. Und ich blende es euch ein in der folgenden Szene. Ich habe ein 40 Amper Ladegerät genommen, habe beide bestromt und beide beladen. Was passiert? Beide kriegen ca. 20 Amper. Blende ich ein. Nachdem beide 20 Amper kriegen, passiert folgendes. Die 160 Amperestunden Batterie ist natürlich schneller voll wie die 200 Amperestunden Batterie. Was passiert, wenn ein voller Akku dem Ladegerät signalisiert, ich bin voll? Das Ladegerät schaltet ab. Ein Ladegerät mit einer Lithium-Kennlinie. Hat es dann auch in meinem Fall getan. Hat es abgeschalten. Also das heißt, die 160 Amperestunden Batterie war voll. Die 200 Amperestunden Batterie war nicht voll. Nur bis zu 90 Prozent Ladegerät aus. Wenn der Unterschied natürlich die Kapazitätsunterschiede größer sind, passiert natürlich genau das Gleiche. Nur der Unterschied ist größer. Natürlich kann es auch, wenn man andere Ladegeräte nimmt, vielleicht funktionieren. Aber auch nur vielleicht. Und wie oft ist dann die nächste Frage, weil selbst zwei gleiche Batterien nie hundertprozentig gleich laufen. Selbst die driften ja auseinander. Aber jetzt sprechen wir ja eigentlich nur von Dingen, die eigentlich gar nicht so wichtig sind. Weil jetzt kann man sagen, ja, ist ja nicht so schlimm, wenn du eine Batterie bloß mit 95 Prozent hast und die andere dafür 100 Prozent hat. Oder die laufen ja eh nie gleich. Und das kann man alles irgendwo entschuldigen, kann man alles irgendwie nur rechtfertigen. Kommt aber jetzt natürlich ein ganz anderes Problem. Dazu möchte ich euch jetzt mal kurz einen Artikelstichpunktartig vorlesen, damit wir mal verstehen, was auch in der Batterie vor sich geht. Batterien unterschiedlicher Kapazitäten haben unterschiedliche Innenwiderstände. Das muss man ganz klar wissen. Warum haben die unterschiedliche Innenwiderstände? Weil natürlich andere Kapazitäten darüber laufen müssen. Die Innenwiderstände ändern sich natürlich auch noch mit dem Füllstand der Batterie. Also praktisch, wir haben komplett unterschiedliche Innenwiderstände. Andere Zelle, andere Charge anderer Hersteller. Rundzelle, Prismazelle und 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 und. Es gibt tausend verschiedene Dinge, die Strom unterschiedlich speichern und unterschiedlich abgeben. Schließt man sie parallel, werden sie unterschiedlich belastet. Was sich negativ auf die Lebensdauer auswirkt. Da kommen wir schon mal auf den ersten Punkt. Und das kann ich leider Gottes mit einem Test, den ich jetzt hier aufbaue, gar nicht belegen und auch gar nicht darstellen. Aber es ist nun mal Fakt. Warum glaubt ihr, dass alle Hersteller durch die Bank durch, ich kenne keinen einzigen, der was anders behauptet, alle Hersteller sagen, meine Batterie darf nur ergänzt werden mit gleichen Batterien, aber auch nur dann, wenn die eingebaute Batterie nicht älter wie mindestens oder wie höchstens ein Jahr alt ist. Warum sagen das alle Hersteller? Fragezeichen. Weil sich dann nämlich durch die unterschiedlichen Innenwiderstände die Lebensdauer sehr stark verändert. Und es sind ja bestimmte Ladezyklen garantiert. Die werden dann definitiv nicht mehr einhaltbar sein. Inwieweit sich die Lebensdauer runter reduziert, ist nicht bekannt. Ich weiß es nicht. Es gibt vielleicht Fälle, wo es zwei, drei Jahre gut geht. Vielleicht. Aber das ist eben alles vielleicht. Und ich plädiere darauf, wir sind Fachbetriebe. Ich bin keine Bastelbude, ich bin keine Hobbywerkstatt, wo man Dinge ausprobieren kann. Wenn jemand privat das tut und er fährt vier Jahre gut damit, dann mag das gut sein. Aber ich bin ein Fachbetrieb. Ich kann darauf keinerlei Gewährleistung geben, weil ich nämlich nicht weiß, was passiert in der Zukunft. Und das weiß keiner. Batterien sollten nur parallel geschalten werden, wenn die Widerstände gleich sind. Sie sollten gleichen Typs, gleicher Kapazität und gleichen Alters und möglichst auch aus der gleichen Fertigungscharge sein. Genau das ist der Punkt. Wenn das nämlich alles eintrifft, nur dann habe ich Gewährleistung, dass die Zellen einigermaßen gleich laufen, dass die Chargen gleich laufen, dass es langlebig funktioniert und auch nachhaltig lang funktioniert. Sprich, die Ladezyklen, die der Hersteller angibt, 3000, 4000, 5000, auch da sind und eingehalten werden und sie nicht reduziert werden. Zum Beispiel, warum kann man alte und neue Batterien nicht parallel verwenden? Wenn zwei oder mehr parallel geschaltete Batterien neu sind und dieselbe Kapazität und Spannung aufweisen, ist die zwischen den Batterien übertragene Strommenge gut ausbalanciert. Wenn die Batterien altern, stimmt ihr Innenwiderstand allmählich nicht mehr überein. Batterien erzeugen bekanntlich Eigenverbrauch. Selbst wenn die Batterie nicht benutzt wird oder nur ein oder zweimal verbrauchen die Schaltkreise im Akku und so weiter eine geringe Menge Strom. Die Zellen in der Batterie altern dann langsam mit der Zeit. Beispielsweise haben die vor einem Jahr oder vor einem halben Jahr gekauften Lithium-Batterien und die genannten gekauften und die gerade gekaufte 100er, 100 Amperestunden, nehmen wir mal als Beispiel Batterie, dasselbe Marke, leicht unterschiedliche Zustände in den internen Zellen. Und auch die Innenwiderstände der Batterie sind unterschiedlich. Sie können diese beiden Batterien nicht parallel verwenden. Der neue Akku, denn der neue Akku hat im Vergleich zum alten Akku einen geringeren Innenwiderstand. Batterien mit geringeren Innenwiderstand sind etwas selbst korrigierend und laden, laden und entladen sich mit höheren Strömen als andere. Altern schneller und holen mit dem Gegenstück auf. Also man sieht, dementsprechend ziehe ich die neue Batterie schon komplett letztlich nach unten. Also auch hier passiert schon was, was überhaupt nicht sein darf. Ich finde auch den Artikel relativ gut. mischen Sie keine Batterien verschiedener Marken und Kapazität. Achten Sie darauf, dass die parallel geschaltete Batterie in strikten Innenwiderstandspaarung haben. Absolut gleiche Kapazität, gleicher Spannung, gleicher Marke und nicht mit alten und neuen Batterien verwenden. Wenn Batterien mit unterschiedlichen Kapazitäten zusammen verwendet werden, kommt es zu einem Stromungleichgewicht zwischen den beiden Batterien, wo sich die Batteriezeit, die Betriebszeit des Batteriesystems verkürzt. Wenn Sie Akkus ungleicher Kapazität längerer Zeit mischen, führt dies irgendwann zu einem Kurzschluss, die den Akku mit der geringeren Kapazität. Ein Kurzschluss, also eine kurzgeschlossene Batterie kann natürlich übermäßige Hitze entwickeln und verursachen. Die Gesamtelektrik wird beeinträchtigt, wenn nicht sogar die Batterie beschädigt. All das steht im Netz, ist nachvollziehbar und ist auch begründet. Auch Hersteller geben das klassisch so an. Und jetzt sage ich euch MoMobilisten, man kann natürlich in seiner Werkstatt, wenn jemand technisch affin ist, sich zurechtbasteln, was er will. Aber von einem Fachbetrieb so eine Beratung zu bekommen, fände ich nicht richtig, weil aus A den ganzen genannten Gründen und B wird eins komplett vergessen bei der ganzen Geschichte. Und jetzt gehe ich sogar noch weiter hinaus, selbst wenn es in Anführungszeichen gehen würde. Aber alle Hersteller das klar in ihren Kleingedruckten und auch Großgedruckten strikt dokumentieren, verfällt eure komplette Garantie. Also, ihr habt einen 200er Akku von der Firma XY in eurem Fahrzeug. Geht zum nächsten Fachbetrieb, lasst euch dort einen Akku von ZZ-Hersteller einbauen mit nochmal 100 Amperestunden oder nochmal 300 oder keine Ahnung, jedenfalls eine andere Kapazität wie das, was ihr schon habt. Ist an dem Akku irgendwas und wird dies beim Hersteller so betitelt? Verfällt jegliche Garantie und kein Hersteller wird die Garantie aufrechterhalten für diesen Akku, der mit einer anderen Kapazität, mit einem anderen Baujahr, mit einem anderen Hersteller dementsprechend zusammengeschlossen wurde? Darüber solltet ihr euch wirklich bewusst sein, wenn ihr so was vorhabt. Ich finde, das ist klar dokumentiert. Ich kann nur immer wieder sagen, ich bin ein Fachbetrieb, ich bin darauf angewiesen und verpflichtet, die Dinge nach Herstellerangaben zu verarbeiten, zu bearbeiten und zu montieren. Und dabei gibt es kein links und kein rechts und dabei gibt es auch keine Alternativen, weil auch ich als Fachbetrieb möchte gern meinen Fachbetrieb weiterführen und muss natürlich gucken, dass ich kein Schmann baue, weil ich bin ja in der Haftung für die komplette elektrische Anlage. Auch hier wieder als Beispiel, ich verbaue ein Akku, der defekt ist oder der kaputt geht, wäre es haftbar, ich. Wenn ich Scheiß mache und verschiedene Dinge zusammenbaue, wäre es haftbar, ich. Das ist nun mal so und was auch gut so ist, weil natürlich müsst ihr geschützt sein von dem, was ich mache. Ihr zahlt gutes Geld, dafür ist gute Arbeit abzuliefern und dann sollte es auch funktionell sein und muss funktionieren. Und das ist einfach der Hintergrund an der ganzen Geschichte, wenn ich keine ganz klare Herstellerfreigabe kriege, dass Akkus geschützt sind, dass Garantie weiterläuft und der Hersteller mir schwarz auf weiß unterschreibt, du kannst meinen Akku in allen Herstellern formen oder mit allen anderen Herstellern kombinieren und kannst diesen mischen, egal ob in Kapazität oder in Größe. Solange das ich nicht auf dem Schreibtisch habe, werde ich definitiv sowas nicht tun und auch nicht beraten und auch nicht empfehlen und auch keine Tests machen. Den Test habe ich gemacht, ich zeige ihn hier aber nicht, aber ich blende euch ein, was dementsprechend davor passiert ist, habe ich ja schon eingeblendet und da sage ich, da sind die Schwierigkeiten schon ablesbar, was da passiert. Ich denke, man sollte sich da wirklich Gedanken darüber machen, was man da empfiehlt, was man da tut und ich würde mir wünschen, dass hier wirklich ein bisschen Vorsicht passiert, weil es sind hohe Ströme, die da laufen und da muss man schon aufpassen. Ein kleines Beispiel habe ich noch im Prinzip, bei der Erfahren ist, wo ich gemacht habe, nehmen wir mal an, wenn sich die Ströme wirklich gleich verhalten würden, was sie definitiv nicht tun. Ein Akku zum Beispiel, ich habe ein 100er und ein 200er, habe aber ein Lithium, ein Wechselrichter dranhängen, der, keine Ahnung, ein Induktionskochfeld betreibt, dann brauche ich praktisch definitiv beide Akkus, weil eine Dauerstromentnahme von 250, 300 Ampere da nötig sind und dass das Ganze betrieben werden kann. Und wenn dann eine Kapazität, nämlich der 100er, schneller leer wird wie der 200er, weil der natürlich am Ende ist, was definitiv passieren wird, weil das geht physikalisch sogar nicht anders, weil eben die unterschiedlichen Innenwiderstände da sind. Ja, dann ist der Akku leer, Wechselrichter schaltet aus, Kapazität nicht mehr nutzbar, weil der Wechselrichter das nicht schafft, weil die Batterie einfach abschaltet. Ich hoffe, ich habe etwas zu der Aufklärung meiner vielen Nachfragen, die ich hier bekommen habe, dementsprechend beigetragen und vielleicht auch ein kleines Verständnis dafür, warum wir als Fachbetrieb sowas definitiv nicht empfehlen. Ja, Leute, wir sind fertig. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ich habe etwas zur Aufklärung beigetragen. Das war jetzt leider Gottes mal ein theoretisches Video. Das nächste Video schauen wir natürlich wieder tief in die Praxis hinein. Aber es ist nun mal wichtig oder es lag mir wirklich auf dem Herzen, da ein bisschen Aufklärung zu betreiben bzw. ein bisschen auch meine ganzen Anfragen, die ich da kriege, diesbezüglich Antwort und Stellung zu beziehen, warum ich, Mika Caravan, das so berate, wie ich das berate. Und ich denke, dass es relativ einleuchtend war. Da brauche ich eben keinen mechanischen Test aufbauen, weil selbst wenn es eine Zeit lang funktionieren würde, habe ich immer noch die Problematik meiner Gewährleistung und das, was in Jahren passiert. Und ich sage euch immer wieder und mir gefällt das Beispiel so, das Auto fährt mit vier Reifen, egal welche Reifen da drauf sind. Selbst unterschiedliche Größe kann ich drauf machen. Ich kann vorne ein 16 Zoll, ich kann hinten ein 15 Zoll, ich kann ein 18 Zoll und 20 Zoll draufschreiben. Ich kann unterschiedliche Breiten draufschreiben und unterschiedliche Hersteller nehmen. Und wenn ich mich in das Auto setze, es wird fahren. Natürlich wird es fahren. Bloß keiner von euch möchte mit diesem Auto auf der Autobahn mit 200 auf der linken Spur sein. Und das ist genau das Problem, dass viele Dinge im Hintergrund passieren und viele Dinge geschehen, die die Schlussfolgerungen aus was sind, die nicht sofort auftreten müssen. Weil wenn ich nämlich mit dem Auto von hier mit 30 bis 50 kmh, ohne dass ich bremsen muss, ohne dass ich irgendeine Notsituation habe, ohne dass ich eine nasse Fahrbahn habe oder ohne dass Schnee liegt, komme ich natürlich zum Supermarkt, um meinen Einkauf zu tätigen. Logisch, geht. Definitiv geht. Aber ich glaube, wenn eine Notsituation eintritt, wenn die Straße nass ist und mir ein Fußgänger oder ein Fahrradfahrer vor das Auto läuft, spätestens dann wird allen klar sein, worum es nicht geht. Und für mich verhält sich das eins zu eins genauso mit Lithium-Batterien und den dementsprechenden unvorhersehbaren Folgen, wo daraus passieren könnte. So, Schluss für heute. Ich wünsche euch alles Gute. Ich sage ganz lieben Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich auf das nächste Video mit euch. Bleibt mir gesund und startet noch gut die restliche Woche durch. Über einen Daumen nach oben freue ich mich natürlich wie über rege Kommentare von euch zu diesem Thema. Vielleicht gibt es was, was ich noch nicht weiß. Vielleicht gibt es was, wo auch ich dazulernen kann. Und ansonsten sage ich, wir sehen uns im nächsten Video. Passt auf euch auf. Ich wünsche euch alles Gute und bis dahin. Ciao, ciao, euer Micha. Vielen Dankeschön!